Heute machen wir einen Film mit dem Regenjagd. Bis gleich! Es kommt ein Umi-Mock. Es kommt ein Umi-Mock. Es kommt ein Umi-Mock. Der Traktor schiebt den Holzeinhänger in das Wegewerk. Der John Deere fährt jetzt zurück, um weiß gestimmt und weiß aufzuladen. Er geht jetzt hin aufs Waldgelände. Hier hinten steht das Gitter, damit da niemand rein gehen kann, der kein Bauarbeiter ist. Hier hinten ist eine kleine Baustelle. Da müssen noch Arbeiten am Sägewerk gemacht werden. Der riesige Langholzrapporter bringt die riesigen Stämme zum Sägewerk. Tschüss! Super rückwärts eingeparkt. Der große Scania bringt die Baumstämme direkt ins Sägewerk. Sägewerk ist gleich eurer Jack. Die ganze Baumstämme, die angeladen wurden. Sägewerkstämme, die werden jetzt zu Pellets gemacht. Die werden im Sägewerk zermahlen. Wie beim Bäcker, der das Getreide mahlt. Das ist der Chef vom Sägewerk. Und das ist seine Frau. Zusammen aufrichtigen die Arbeiter. Damit alles klar läuft und es keine Umfälle gibt. Juhu! Der Manitou muss einen schweren Holzblock rangieren. Hallo, was gibt's, wo kommen wir hin? Genau hier. Abladen! Okay, vielen Dank. Und alles klar. Das Haus ist zu Pellets gemein. Es kann abgeholt werden. 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 Jetzt werden die Pferdes auf den Anhängern gelassen. Mein tolles Kielwegeswege wäre für ein Wettbewerb. Once upon a time, there were three legendary drivers, who raced all the time to find out who is the best. So, let the games begin! Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Was? Das war's für heute. Hier steht ein Name drauf auf der Tüte und der heißt Jake. Und jetzt gucke ich mal, was in der Tüte drin ist. Hä? 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 Da sind drei solche Hot Wheels Sets drin. Das sind drei Hot Wheels Sets. Die sind von meinem Freund Wesley. Danke, Wesley. Aber wie bekomme ich nur dieses? Oha, Rennwagen. Aha! Das hier oben kann ich doch auch öffnen. Da sollte es auch klappen. Kann ich? So, aha. Mach die fünf. Ich hole schon mal zwei raus. Die stelle ich jetzt mal zur Seite und mach die zweite Packung aus. Oh. 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 Wäre da runtergefahren. Die rollen sehr gut. Muss ich zu sehen. Sind Hot Wheels City. Hm. Oh. Ich könnte mir denken, dass das da oben nur Polizei ist. Aber jetzt mach ich's erstmal auf. Ah. Wenn ich das Ganze hier hinten drauf bekomme, kann ich's ja auch leicht draußen gehen. So. Boah. Cooler Helikopter. West Tüte. Was ist das? Weil es sind so durchsichtig. Emergency. Ich nehm an, dass es abschleppt. Und ich könnte mir nur denken, dass das eine Feuerwehr ist. Nochmal ist er die aber nochmal coolere. Boah. Sieht der gelbe cool aus. Was ist das für eine? Ja, das kann ich nicht machen. Der Pferd hier in 3. Oi. Der Abschlepper ist ja nutzt den Klapp. Der fährt gut. Oh, der rollt gut. Der fährt aber lustig. Das ist ein hot word. Der fährt gut. Der fährt gut. Der fährt gut. Der fährt gut. Das ist ein schönes Schmuck. Das ist ein schönes Schmuck. Der fährt gut. Der fährt gut. Der kleine Hubschrauber hat auch zwei Turbinen. Das ist ein schönes Schmuck. Das ist der letzte. Oh, so viele super coole Hot Wheels. Danke, Wesley. Wie? Das ist eine kleine Hubschrauber. Ich bin ein guter Hubschrauber. Ich bin ein guter Hubschrauber. Das ist ein guter Hubschrauber. Untertitelung des ZDF, 2020